So Leute, jetzt zur nächsten Frage. Wir haben heute einen kleinen Time-Break gemacht, deswegen los geht's. Hopp. Wie viele Menschen leben in China? Ah, in China? Ah, in China. Ich sag diesmal wieder als erstes. Warte ich. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 0. Warte, warte, hast du noch wieviel Einwohner in China? Ja, oder? In China. Scheiße, Alter. Doch, doch, doch. Hör auf. Ich sag 1,1 Milliarden. Was hast du geschrieben? Ja, ich hab 1,4 Milliarden geschrieben. Ich hab 2 geschrieben. Wie, 2 Milliarden? Bist du behindert? Meinst du? Nein, guck mal. Leute, er schreibt dir 2. 2 Einwohner. Ja, ja. Ich schreib 1,4 Milliarden. Das geht nicht. Das geht nicht. Er schreibt 2. 1,373 Milliarden. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, egal. Aber ich dachte, Anja kommt wieder mit 500 Millionen. Ja, das geht nicht. Ey! Ja, egal. Warte mal. Aua. Erzähl nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht. Nils. Ehrenloser. Ja, mach jetzt hin. Okay. Next question. Ich pack hier mal mein Handy weg. Wie schnell kann ein Geopard rennen? Oh, je. Nochmal nochmal. Stundenkilometer. Maschallade. Nochmal nochmal. Wie schnell kann ein Geopard rennen? Wie schnell kann ein Geopard rennen? Wie schnell kann ein Geopard rennen? Also der Einheit ist dann Kmh. Natürlich. Das ist Kmh. Ich glaube ich bin los mit der Recher. Ich versteh nicht. Wie schnell kann ein Geopard rennen? Okay. Okay. Ich weiß es. Ich glaube viel schneller. Aber... Ich glaube zu niedriger. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Null. Haben wir nicht vergangen? Ich glaube viel zu wenig. Ich soll nur um 10 Kilometer. Oh mein Gott, ich bin zu weh. Elf. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Haben wir aber noch nicht. 125. Die Lösung ist zwischen 110 bis 120. Warte. Ja man. Ja man. Ja okay. Ich verstehe ich auf die Lose. Alter, ich lese hier. Okay. Okay. Das war's. Wie viele Tierarten gibt es auf der Welt? Oh shit. Na hab ich ungefähr. Ja ungefähr kriege ich das schon hin. Ähm sagen wir. Ja. Obwohl. Da kann man sich auch komplett weg. Die ganzen kleinen Insekten und alles. Aua. Entweder ich mach viel zu niedrig oder viel zu hoch. Fünf. Vier. Ich sag. Ich verkack. Ich sag. Ich weiß es schon. Ich verkack. Oh piept das nochmal. Zwei. Eins. Okay. Ich verkack. Ready? Ey ey ey. Ey 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 ey. Ey 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 ey. Wir müssen jetzt erst mal sagen. Da wühlt sich ey ey. Was ist das? Tausend? Ja, Alter. Ich hab. Ey. 2 Milliarden. Ey 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 ey. ich hab 10.000 1.100.000 8,7 Millionen Stop am Rande Sorry Habit, dass du meinen Nackenklasser kassiert hast weil 2 Milliarden ist dir fliegt ein größter Unterschied zu 8 Millionen anstatt deiner 1.000 was du aufgeschrieben hast Sorry Habit, aber das Video hat trotzdem Spaß gemacht ich will euch nicht weiter stellen, wenn wir mal schauen Viel Spaß und Like, Like, Like So Aro Ich frage, haben wir noch Adjit? Alter, Adjit Der hat richtig Der Jota mit euch ist den Zauber Du hast mal Fragen, wo wir gewinnen und er nicht Los Next question Wie hoch ist der höchste Berg auf der Erde? Warte Der höchste Berg Der Name oder wie hoch? Die Zahlen Mein Name weiß ich auch Ich hab keine Ahnung 3 2 1 2 Mit Metern angegeben Ich zeig als erstes Okay, ich hab's einfach 3 Kilometer Also 3.000 Meter Juga, brauchst du lachen können wir mal nicht? Oh, Kamera mal Leute! Bewirb dich bei euch! Okay, ich habe 7.500 Meter Also 7,5 Kilometer Ich hab 6.000, also 6.000 Meter Das, liebe Fische Was an der Stelle Komplett Digga, will er mich ficken? Ja, was macht ihr denn hier? Seid froh, dass du keinen Nackenklatscher kriegst Letzte Frage heute Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit auf YouTube hochgedauert Digga, der kennt das alles Woher, wo? Der weiß, wie bei Bruch, die Frage doch mal Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgedauert Wie viele Stunden auf YouTube-Material werden pro Minute Pro Minute Wie viele Stunden? Ich glaube ich bin wieder zu niedrig Ich glaube ich bin wieder zu niedrig Warte 2.000 Jahre später 5.000 4.000 3.000 Oh mein Gott 3.000 3.000 3.000 Ey, wenn das ist 0 ist der ganze Egal, dass das ist Ich ändere meine Zahlen Ich ändere meine Zahlen Ich bleib bei meiner Anfangszahl Ich hab zu wenig Warte fertig? Ja, fertig Ja, fertig Okay, Hamlet mach mal Ich hab 10.000 Ich hab 5.000 Was? 10.000 10.000 10.000 Ich hab 5.000 Ich hab 400.000 300.000 Hä? 300 Stunden? Digger Was? Das heißt, eine Kastaktion zum Abschied Kriegt Ja! Warte, warte, warte Das macht ja nicht mehr Das ist ein Sackgill Egal 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 auf ihre Der hat richtig Der hat richtig Ja, klar Bei dir Ja, ja, ja Komm jetzt Fresse hier So Leute, war ein cooles Video Findest du's Krass Als Abo spricht Kann man sowas öfters bringen eigentlich War das eine Ausnahme Ja, also wenn ihr mehr sehen wollt Lass mal ein Like da Abo, aber , man sagt Wenn ihr es sehen wollt Wollen wir mal an mein Meister da hinten Gurtain Ja, angemeldet Guter Job Katastrophal Kameramann Das wird der letzte Mal sein glaub ich Aber Gucken wir mal Ansonsten Das Like da Abo Wir sehen uns endlich mal Peace